Wir können TNT zünden. Scheiß auf TNT. Ich mach jetzt TNT. Zaaack! Hast du jetzt ernst auf TNT gezündet? Ja. Mann, was bist du denn? Hui! Ah! Ernsthaft? Wirklich? Was bist du denn für ein Skiller, Alter? Das gibt's nicht! Die guten alten Zeiten, Alter. Bist du ein Skiller, Alter? Ohne Winz. Also, da kann man... Auf jeden Fall mal klatschen. Applaus, Applaus! Kixen! 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars. Und ich bin heute ausnahmsweise mal nicht alleine. Der Entenkrebs ist dabei. Wuh! Hallo! Seit einer halben Ewigkeit ist er auch mal wieder dabei. Und ich bin mal wieder nicht alleine in dem Video. Wuh! Was ist da los mit dir? Das ist doch schön. Hast du irgendwie ein Schwert für mich oder sowas? Äh... Nee. Wie? Gar nichts? Nicht mal irgendwie Eisen oder irgendwas? Ich hab nur mein Steinschwert. Sonst hab ich nichts. Ja gut, dann mach ich mir mal ein Holzschwert. Geil. Geil. Das ist richtig. Ich kann auch Eisenhohl abbauen und dann können wir jetzt braten. Nee, das ist mir jetzt zu umständlich. Ich hatte mal gesagt, wir gehen einfach direkt in die nächste Gegner Base, oder? Baue mich schon. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Leut. Ich wollte mich grad auch einfach weiter bauen. Leut, leut, leut. Läut, leut, leut. Läut, leut, leut. Ich hatte hier so ne kleine Pause gemacht und jetzt rüber. Rüber, rüber, rüber. Daten, 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 daten. Daten, daten, daten. Das ist der letzte. Toll. Warte, ich kann mir ein Steinschwert machen. Wuhu. Was, krass. Hat der irgendwie ein Steinschwert gehaftet? Irgendwie sowas? Äh, ja. Steinschwert. Ja, dann gib mal her. Dann kriegst du auch gleich ne Spitzhacke und ne Axt. Nice. Cool. Jetzt habe ich Starter Equipment und mein Tank Equipment. Ja. So, und der nächste Gegner ist in dieser Richtung. Das heißt, wir gönnen uns jetzt auch mal. Ähm. Sind zwei. Dann sind es halt zwei. Erlaubung. Mir noch egal. Schiebung. Ey. So, wir gehen... Oh man ey, ich weiß grad gar nicht so richtig was sagen soll. Soll ich hier mal so Sicherheitswasser setzen? Sicherheitswasser ist was für Noobs. Sehen die uns? Lol, guck mal wer der ist. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Wir haben nämlich... Lol ist schon wieder gestorben. Wir haben nämlich grad ne Runde gespielt und er hat einfach mal nach Runde gefragt. Hackst du? Hab ich gesagt. Nein. Also, warum sagen das denn dann alle im TS und was weiß ich? Und dann... Keine Ahnung. Dann hab ich gegen ihn gekämpft, äh, gegen den gekämpft und hab dann verloren. Und er schreibt mir dann einfach, der hat keine Hex. Warum behaupten das denn alle? Oh Gott. Der hat ein Dias Schwert, der hat ein Dias Schwert. Hast du den anderen schon unten? Nice, nice. Ja, hab ich. Team Pink easy. Team Pink easy. Rasiert. Scheiße, aber ich hätte gerne das Equip von denen gehabt, ne? Ja, Achtung, hier ist ein Loch an. Ja, ja. Was ist da? Trotzdem gerne das Equipment von denen gehabt, ne? Ja, wär schön gewesen. Ähm, ich hab nix tolles für dich. Achtung, da kommt es weiter, kommt es weiter, kommt runter, kommt runter, kommt runter. Okay, okay. 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 Mach ihr mal das Loch zu. Mach das, ne? Oder hast du gesagt, ich soll das nicht gehen? Ne, ich hab's so gemacht. Wo ist die? Ja, bleib hier, bleib hier. Oder hier unten. Ja, die sind doch gar nicht da. Irgendwie ist das mit dem Equipment gerade extrem scheiße, ne? Hast du noch eine Kettenhose und ein Goldhemd? Schutze eins. Ne, hast du gerade irgendwie vielleicht Cobblestone noch oder so? Einen. Und 29 Nummer eins. Hier, Cobblestone, bitte schön. Bitte schön, bitte schön. Wir können TNT zünden. Scheiß auf TNT. Ich mach das TNT. Zack. Hast du jetzt ernsthaft TNT gezündet? Ja. Mann, was bist du denn? Hui! Ah! Ernsthaft? Wirklich? Was bist du denn für ein Skiller, Alter? Oh Mann, also manchmal, ne. Der Silberfisch hat mich einfach direkt ins Loch geschlagen. Wieso zündest du denn auch TNT, Alter? Für euch findest du, dass das Silberfische sind, Alter. Warum machst du das denn? Für Cobblestone, für dich. Dann noch nicht da, wo ich direkt stehe, Mann, Alter. War doch nicht da. Oh Mann, oh. Bist du ein Skiller, Alter. Ohne Winz. Ja, toll. Das gibt's nicht. Die guten alten Zeiten, Alter. Bist du ein Skiller, Alter. Ohne Winz. Also, da kann man auf jeden Fall mal klatschen. Applaus, Applaus. Juhu, dankeschön. So, zweite Runde, neues Glück. Vielleicht schaffen wir heute noch mal was. Äh, was heißt heute was? Oh, wir sind schon da runter, Leute. Wir schaffen heute sowieso nichts mehr, oder? Ja. Es ist klar. Die bauen sich auch einfach zu uns. Ah! Ich hab kein Blöcke. Ah! Hier ist Rüstung in der Kiste, du Bob. Oh. Oh Gott, das sieht schlecht aus. Wieso ist da denn gar nichts, Alter? Das kann doch nicht sein. Nein. Okay, wir sind tot. Nein, 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 nein. Was mach ich denn? Bin ich behindert? Oh. Nein, den einen hab ich. Hast du den anderen? Nein, ich bin von dem... Ich hab den ersten gekillt und wurde dann von deinem... Loll. Ich hab einfach einen mit Schärfe-Dier-Schwert mit einem Stein-Schwert. Die hatten beide Schärfe-Dier-Schwert. Die hatten beide. Oh Gott, nein, 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 nein. Nicht noch mehr. Das ist doch ein Witz, das ist ein Witz, das ist ein Witz. Den einen hab ich, den einen hab ich. Nein! Der hat er, der hat er, der hat er. Das gibt's nicht. So, dritte Runde, neues Glück. Vielleicht kriegen wir ja jetzt irgendwas gerissen. Und warum holst du eigentlich immer die ganze Zeit die Blöcke raus, wenn ich dort die Person bin, die sich die ganze Zeit immer schnell versucht hinzubauen? Äh. Weil ich schneller bin. Keine Ahnung. Ist das ein Gescheiß oder so? Ist auf jeden Fall noch... Gib mir das Schwert wieder. Mann. Noob! So. Ähm. Nix gibt's. Which way? Was hast du denn für ein Schwert? We go into one direction. Haha. Geh mal mit. Okay. Dann. Alles weg. Alles weg. Ey. Das ist umweltverschmutzung. Dein Schwert haben. Das ist umweltverschmutzung. Meine Fresse, Alter. Die Kinder in Afrika wären froh, wenn sie das hätten, ne? Ich baue dich. Hopp! Ja, 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 ja. Alter, wenn du das jetzt hier ab... Geil, Junge. Wie gesagt. Die Kinder in Afrika wären so froh, wenn sie das Zeug hätten. Aber nein. Weißt du, du machst jetzt hier alles... Du denkst jetzt wieder, du wärst der Babo. Und haust jetzt hier alles wieder weg, ne? So richtig asozial. Jetzt gönnt er sich wahrscheinlich nur den ganzen Dias-Stuff, wenn hier Dias-Stuff dann drin ist. Die Eier musst du auch mitnehmen, ne? Hier waren nur sechs Dias drin. Tut mir leid. Ich hab auch sechs Dias. Sechs Dias! Hahaha. Er hat sechs gesagt. Haha. Hilfe's dich. Nein, ich hab mein Spitzer weggebrochen. Hilfe. Weg, 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 weg. Ich könnte dir theoretisch... Lass mal... Lass mal Holz. Lass mal Holz. Nö. Ich mach nur so. Ich mach uns beiden mal gerade ein Dias-Schwert, ne? Danke. Dann kann ich mir ja ein Dias-Stuff machen. Mach das. So, einmal Level eins bitte. Level eins Schärfe. Und Level eins Schärfe. Bitteschön. Dankeschön. Dann willst du mir auch was verzaubern? Oder hast du nichts? Ich hab jetzt kein Level mehr. Ich hab dir das Schwert der Enchanted. Und das ist... Danke. Absolut genug. Also langsam solltest du dich wirklich mal damit zufriedengeben, was du bekommst. Ja, ist okay. Meine Güte. Hast du irgendwie, ähm... Bau mal den Enchantment-Table ab. Nice. Der hätt jetzt nicht gedrofft, wär bei Goldspitzer genettet. Das wär echt bitter gewesen. Aber... Es hat schon funktioniert. Windfleisch. Gefliegen. So, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Komm, wir gehen von unserer Base in eine andere Base. Ich mach in der Mitte Feuer. Hui. Okay. Mach was. Ey, wenn man mehrere Feuerzeuge auf einmal craftet, bleibt da eins unbeschädigt. Hm. Hm. Cool. Alter. Cool. Cool. Ist da eine an der Base überhaupt? Ich hab jetzt drei unbeschädigte Feuerzeuge. Guck mal, du kriegst hier alles ab. Zack. Das einfach... Dass einfach mein Teammate immer vom Tracker erfasst wird, ne? Das ist so nervig. Bich in die... Bich in die Kopf. Warte. Ah, schade. Hätt ich nicht getroffen. Egal. Läuft bei mir. Der nächste Gehschner ist in dieser... In diese Direction. Dich allchen. Aber das Problem ist, ich hab ein bisschen Angst, wenn wir jetzt jetzt irgendwo hinbauen, ne? Oder warte mal. Schauen wir das? Pass auf. Hier, Wasser. Warte. Nice. Ich hab einen. Nice. Da ist er. Nice. Haha. Mit faulen Eiern abgeworfen. Hier ein Heiltrank für dich. Dankeschön. So. Allerdings. Ich weiß grad, wie gesagt, echt nicht, wo ich hin soll. Hier. Bleiben wir einfach hier und warten. Den, 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 den. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wow. Ich hab ein Team Eiern ausgeschaltet. Nice. Nice. Jetzt fehlt nur noch Team 3. Wir sind da drüben. Komm. Ja. Ich hab's doch nicht geschafft. Nein. Schia, die sind beide einfach full dir. Mann. 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 Das ist noch. Ah, ja. Das ist so. Also manchmal. Ja. Manchmal frage ich mich echt. Ey. Junge. Ich hab einfach meinen Drop mal auf F und wollte nach rechts gehen und hab dann. Sollte ich dich echt was schämen. Also wirklich. Ja, ich weiß. Hast du noch einen Stick für mich? Nö. Obwohl ich mehr Holz. Haha. Dann halt nicht. Nö. Ich hätte sogar noch zwei für dich gehabt. Aber. Da du ja so verdammt gierig bist, kriegst du gar keinen. Okay. Du kriegst einfach gar keinen. Und wenn der jetzt. Wenn der Dude da hinten jetzt eine Angel hat. Kann ich dich mit der Angel ab. Dings. Warte. Hast du TNT? Äh. Fünf. Das ist doch nice. Dann komm hoch. So. Ich komme. Hallo. Er kommt einfach. So. Weil dann werden wir nämlich jetzt genau das machen, was nämlich manche Gegner bei uns immer saugern machen. Und zwar bomben wir die jetzt einfach weg mit Bombenstimmung. Yay. Wie beim Germany's Next Topmodel Finale. Lustig. Bombenstimmung. Ratsch da langsam. Würdest du, denkst du eine Angel würde bis hierhin reichen oder würde bis. Wie ist es aus? Da oben auf alle Fälle. Hahaha lustig. Der baut sich hoch. Ähm. Warte. Schau. Oh. Gänzt du? Ist da noch einer? Was machst denn du? Nein. Da ist keiner mehr. Oh. Der ist der letzte Lord. Ich habe halt echt ein Problem eigentlich. Ui. Scheiße. Wir müssen hier weg. Mach Frendle. Ja. Ey. Das wäre so witzig, wenn ich die Runde, wenn man die Runde hier... Läubst du da unten? Ich bin einfach komplett am Ende runtergefallen. Sind da irgendwie noch Blöcke für mich? Was? Weil ich habe... Was ist der? Der ist auf der anderen Seite. Der ist on the other direction. Du musst aufpassen halt, ne? Wie gesagt, der hat halt die Angel. Mhm. Und ich glaube mal... Soll man es da versuchen hinzubegeben jetzt? 1, 2, 3. Okay. YOLO! Nein, 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 nein! Hol ihn dir! Genau, genau! Ah! Gannung! Nein! GG! Aber ich hatte mal gesagt, das waren drei schöne Runden, wie in den guten, alten, beschissenen, bekloppten, was weiß ich... Hurensohnzeiten! Hurensohnzeiten! Hurensohnzeiten, genau! Und ich hatte mal gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn nicht, dann Konstruktivität. Guckt bei dem Endercreeper vorbei, wenn der dann irgendwann mal wieder Videos machen sollte. Also nicht mehr auf dem Kanal auf alle Fälle. Da gibt es was Neues. Ja, dann guckt oder... Nur halbwegs in der Planung. Das werdet ihr bestimmt irgendwann sehen, wenn da irgendwann was Neues passiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Bis dann und tschüss! Tschüss!